Jena wählt. Direktkandidatin für die Landtagswahl im Interview. Heute Uwe Barth, FDP. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Jena wählt. Wir reden mit den Direktkandidaten für die Landtagswahl und haben uns heute Uwe Barth von der FDP eingeladen. Herr Barth, herzlich willkommen im Jena TV Studio. Herzlichen Dank, Frau Duncker. Hallo. Sie sind langjähriger FDP-Landesvorsitzender und auch der Spitzenkandidat Ihrer Partei für die Landtagswahl. Sind schon seit 2009 im Landtag. Was können Sie dann besonders gut, wenn man die Person Uwe Barth betrachtet? Das ist ja wie beim Vorstellungsgespräch bei Ihnen. Ja, persönlich, vielleicht Skifahren, Motorradfahren, das sind die Dinge, die man so ganz gerne macht. Politisch, glaube ich, muss man, gerade wenn man in der Opposition ist, sich ganz gut in Geduld üben können und eben auch mal Niederlagen einstecken. Weil das ist das Schicksal der Opposition, wenn wir einen Antrag schreiben, der hat in den allerseltensten Fällen Erfolg. Also da muss man sich ein dickes Fell wachsen lassen. Das habe ich, glaube ich, inzwischen ganz gut drauf. Herr Barth, die FDP wirbt damit, wir sind dann mal weg. Es trifft ja nun für immer mehr Landtage zu, jetzt erst in Sachsen wieder. Es ist ja sicherlich ein Schuss Ironie dabei, ist durchaus zu verstehen, aber irgendwie hat man den Eindruck, Sie sagen, wir sind dann mal weg und keinen interessiert es. Was glauben Sie, woran das liegt? Ja, das ist ja aber genau das, was wir erreichen wollen zunächst mal, dass man darüber spricht. Das hat gut funktioniert. Es ist in den letzten Wochen kein Gespräch vergangen, wo ich nicht auf diese Kampagne angesprochen worden bin. Übrigens nicht nur in Medien, sondern auch auf der Straße im Wahlkampf abends, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und wir wollen ja genau diesen Spannungsbogen, diesen Gedankengang erzeugen mit dieser Kampagne, dass die Leute sagen, was passiert eigentlich, wenn die FDP weg ist. Es geht nicht um die FDP. Ob ich weg bin oder nicht, das muss jetzt den Wähler nicht so sehr interessieren. Aber mit der FDP verschwinden bestimmte Positionen aus dem Landtag, im Bildungssystem, in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, auch in der Gesundheitspolitik und an vielen anderen mehr oder weniger wichtigen Stellen auch. Und das ist der Punkt, auf den wir hinwollen. Wir haben eine Funktion. Ich will nicht von den Wählern geliebt werden, um es mal jetzt menschlich zu formulieren, sondern ich glaube, Politik ist eine Aufgabe, die zu erfüllen ist. Und da gibt es gewisse Positionen, die gewisse Parteien vertreten. Und wir finden, ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass bestimmte Positionen, die die FDP vertritt, auch im Landtag vertreten sind. Weil wenn wir nicht mehr da sind, sind die Positionen weg. Da kommen wir ja sicher gar nicht drauf. Genau. Finde ich super. Welche konkreten Positionen sind das denn? Also Sie haben es ja angesprochen, Bildung, Wirtschaft, Gesundheit. Wo in der Landespolitik sehen Sie Ihre Positionen? Bildungspolitik ist das, was auch am besten geht, wenn ich das mal so sagen darf, auf der Straße. Die Diskussion um Schulnoten. Ja, wir haben vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren das Schulgesetz geändert. Und seitdem ist es in Thüringer Schulen möglich, auf Notengebung zu verzichten. Und das ist der Einstieg, wenn man das mal so sagt, der Einstieg in den Ausstieg aus Schulnoten. Und ich kann das intellektuell überhaupt nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommen kann, dass Schüler in der Schule glücklicher sind, dass die besser aufs Leben vorbereitet werden, wenn sie keine Noten mehr kriegen. Jeder Schüler freut sich auf Noten. Also die Kleinen, die Großen wissen aber auch, was sie daran haben. Sie können sich einschätzen, sie können sich vergleichen, sie können ihre Entwicklung beurteilen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man auch merkt, dass Leistung dann irgendwo was bringt. Oder eben nicht Leistung. Und das ist so eine Position, da sind wir fünf Jahre die einzigen gewesen. Moment, da darf ich gleich dazwischenhaken. Die Grünen sagen, aber haben wir auch im Gespräch, wir wollen die Schulnoten gar nicht abschaffen. Wir wollen einen Mix zwischen Schulnoten und verbaler Beurteilung. Ja, dann hätten die Kollegen das ja alle auch vor dem Wahlkampf mal für sich entdecken können, das Thema. Ich kann mich an die Abstimmungen im Landtag erinnern. Ich kann mich daran erinnern, wie sich die Gesetze in den letzten fünf Jahren geändert haben. Da muss ich sagen, angefangen von der SPD, die ja den zuständigen Minister stellt, über die CDU, die die Regierungschefin stellt, bis hin zu den Linken, wollen alle Noten abschaffen. Gut, dann sind die Grünen vielleicht an der Stelle so ein bisschen unentschlossen. Ich sage, wir sind die einzigen, die klar sind in der Ansage, wir wollen, dass Schüler Noten kriegen. Das ist das Entscheidende. Damit können die was anfangen. Welche Note geben Sie denn aktuell dem Thüringer Bildungssystem, um in dem Bild zu bleiben? Ja, es wäre jetzt das Einfachste als Opposition, dass man sagt, eine glatte Sechs. Aber das ist natürlich auch Unsinn, weil alles falsch macht kein Mensch. Ich würde das irgendwo zwischen drei bis vier einordnen. Mehr wird es aber auch leider nicht. Das heißt dann irgendwas wie befriedigend. Warum? Zum Beispiel wegen der Diskussion um Noten. Zum Beispiel aber auch wegen der Diskussion um die Inklusion. Thüringen hat viele Jahre mit sehr viel Geld sehr gut ausgestattete Förderzentren gebaut, in denen eben Kinder, die zum Teil mehrfach und zum Teil mehrfach schwerstbehindert sind, auch beschult werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das jetzt abzuschaffen, übrigens was, was die Grünen, weil sie sie vorhin ins Spiel gebracht haben, Frau Dunkel, ausdrücklich auch wollen, diese ganzen Förderzentren zu schließen und eine Schule für alle, das ist sozusagen das Bild, was da gemalt wird, alle Schüler in eine Schule zu schicken und dort gemeinsam beschulen zu lassen, das halte ich auch für einen falschen Weg, weil das nicht für jedes Kind ist der Unterricht mit nichtbehinderten Kindern gemeinsam das Richtige. Es gibt Kinder, die brauchen diesen geschützten Raum eines Förderzentrums und ich will ihn ausdrücklich erhalten. Aber es wird ja nur Gesetz umgesetzt. Das Gesetz macht aber der Landtag und deswegen kommt es darauf an, wer alles im Landtag ist. Das ist richtig, aber es ist bisher nicht nur das Land, sondern das ist ja Menschenrechtskonvention, Inklusion. Ja, das stimmt. Und es ist ja theoretisch auch, glaube ich, so, dass das durchaus Kindern gut tut, auch behinderten Kindern zum Beispiel in eine normale Schule gehen zu können. Ja, völlig richtig. Es ist immer die Frage, wo man sozusagen die Grenze zieht. Ja, man kann es sich leicht machen, vielleicht hat man es sich in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle zu leicht gemacht. Ja, dass wenn Kinder medizinisch formal sozusagen als behindert gelten, dass man dann sagt, okay, dann müssen die automatisch in eine Förderschule. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Da muss man mal schauen, welche Art von Behinderung haben so Kinder. Was wollen die auch? Was können sie? Was wollen auch die Eltern? Auch Eltern wollen ihre Kinder gelegentlich mal lieber in dem geschützten Raum Förderzentrum haben, um ihnen dann vielleicht später die Möglichkeit zu eröffnen, auf eine Schule gemeinsam mit Nichtbehinderten zu gehen. Diese Menschenrechtskonvention, das stimmt, da stehen solche Dinge drin. Aber ich will mal sagen, die gilt in Ruanda genauso wie in Deutschland. Und jetzt aus der Tatsache, dass wir Förderzentren betreiben, zu Schluss folgern, wir würden, was die Umsetzung dieser Konvention hat, quasi auf einer Stufe mit Ruanda oder anderen afrikanischen Ländern zu stehen, was ja manchmal gemacht wird, das halte ich auch ein bisschen übertrieben. Thema Wirtschaft, für Sie auch immer ein wichtiges Thema gewesen. Absolut. Aber augenscheinlich ist es ja auch da so, dass die Wähler in den vergangenen Jahren der FDP dann nicht mehr das zugetraut haben, die liberale Wirtschaftskraft zu sein. Wo sehen Sie denn die Prämissen auf Landespolitik? Wir müssen ja immer über Landespolitik sprechen. Wir reden immer über Landespolitik und im Land ist natürlich Wirtschaftspolitik vor allem Ansiedlungspolitik, Wirtschaftsförderung, das sind so die beiden großen Themen, die man da hat. Neben natürlich auch solchen Dingen wie dem Vergabegesetz zum Beispiel, und da sind wir schon mitten im Thema, wir haben das Vergabegesetz geändert. Das Vergabegesetz regelt ja, wie Handwerker, wie private Unternehmen in öffentlichen Aufträgen beteiligt werden. Und da haben wir eine ganze Reihe von vergabefremden Kriterien aufgenommen, Quotenregelungen zum Beispiel und vieles mehr. Im Kern ist das ein politischer Streit, ob man eine Quote will oder ob man sie nicht will. Aber wie zum Beispiel ein Dachdeckerbetrieb, wie ein Tiefbaubetrieb mit zehn Mann, sage ich jetzt mal, oder zwölf Mann, wie der eine Frauenquote erfüllen soll, ob das überhaupt sinnvoll ist. Die Frage darf man ja wenigstens mal stellen. Und da wird keine Rücksicht drauf genommen. Und ich halte das nicht für richtig, dass wir auf die Art unsere kleinen und mittleren Betriebe quasi systematisch von öffentlichen Aufträgen ausschließen. Das ist nicht der richtige Weg aus unserer Sicht. Zweiter Punkt, wir haben über viele Jahre uns mit dem Wirtschaftsminister, war ja viele Jahre Herr Machnick, gestritten über die Frage, ob wir die Fördermittel, die wir in Thüringen für die Wirtschaft zur Verfügung stellen, ob es besser ist, die so Firmen wie Opel oder Zalando zu geben oder eben doch lieber in kleineren Drangen, vielen kleinen und mittleren Betrieben dieses Fördergeld zu geben. Er hat sich immer an die Großen gewandt. Thüringen hat Zalando 22,4 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt. Das ist der höchste Förderbetrag, den Zalando zugesichert bekommen hat, in irgendeinem deutschen Bundesland, das kleine Thüringen, 22,4 Millionen. Und auf der anderen Seite konnte Herr Machnick die typischen Mittelstandsförderprogramme nicht ausfinanzieren, weil er kein Geld dafür hatte. Und das ist aus unserer Sicht grundverkehrt. Man hat es inzwischen auch ein Stück weit eingestanden, denn auch die SPD hat jetzt in ihren Vorhaben unter anderem verankert, die Wirtschaftspolitik jetzt neu auszurichten auf die Belange kleiner und mittlerer Betriebe. Das haben die vor fünf Jahren auch schon gesagt und haben es nicht gemacht. Und wenn wir nicht wären, wäre nicht mal jemand mehr da, der darauf hinweist, dass es falsch läuft. Genauso formulieren Sie das ja auch. Sie sagen, wir sind dann mal weg und klein unten drunter geschrieben, genau wie der Mittelstand. Ist das wirklich eine Gefahr? Das ist eine Gefahr. Natürlich wird der Mittelstand nicht morgen verschwinden oder am 15. September, falls die FDP es nicht schafft. Aber das wird schon Auswirkungen haben, insbesondere natürlich, wenn wir dann auch noch eine rot-rote Regierung bekommen. Wir dürfen ja nicht unser Eigenbild dann immer ansetzen oder davon ausgehen, dass alle unser Thüringen genauso sehen wie wir, wenn es Investoren gibt, die aus dem Ausland kommen oder auch aus anderen Bundesländern, die sich überlegen, ob sie zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen investieren wollen. Wenn wir einen linken Ministerpräsidenten haben, dann können wir sagen, das ist alles nicht so schlimm. Ich würde es schlimm finden. Aber viele Thüringer könnten denken, ist jetzt alles nicht so dramatisch. Aber wenn für den Investor das ein abschreckender Punkt ist, dann wird es Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Das ist aber jetzt ein bisschen eine einfache Karte. Herr Barth. Nein. Also das als... Ich hatte letztens den australischen Botschafter, hatten wir zu Gast. Wir machen das in der Fraktion immer mal, dass wir so ein bisschen auch internationale Gäste einladen. Und da habe ich den gefragt, Herr Botschafter, würde das in Australien in den Zeitungen eine Rolle spielen, wenn wir hier eine rot-rote Regierung kriegen? Ich sagte, davon können Sie ausgehen. Das wird nicht tagelang die Presse beherrschen, aber in den Leitartikeln wird das einen Tag lang eine Rolle spielen. Und das zeigt in Australien, nicht in Österreich oder in Bayern oder so, das zeigt schon, dass die Dinge, die wir hier tun, die in Deutschland geschehen, auch beobachtet werden. Denn wir sind ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wir sind für viele Länder einer der Top 3, Top 5 Handelspartner. Man schaut schon auf uns. Das ist nicht herbeigeredet. Anderes Thema, was Sie auch angesprochen hatten, war Gesundheitspolitik ein wesentlicher Punkt. Und wo liegen da Ihrer Meinung nach die Schwerpunkte? Also da ist es schon relativ persönlich, muss ich fast sagen. Die Kollegin Taubert ist ja die Sozialministerin in Thüringen. Die ist auch Gesundheitsministerin. Und in diesem Amt ist mir immer nur aufgefallen, das Einzige, was Frau Taubert als Gesundheitsministerin immer sehr genau weiß oder wusste, war der Name des Bundesgesundheitsministers. Immer wenn wir mit irgendeinem Antrag kamen, ob das Zahngesundheitsvorsorge, Sachen für zum Beispiel auch behinderte Menschen. So kleine Themen muss man sich ja auch kümmern. Die sind ja auch wichtig. Hat sie uns immer erzählt, damit sollten wir wahlweise zu Herrn Barth, zu Herrn Rösler oder jetzt zu Herrn Gröhe gehen. Das ist immer das, was sie weiß. Sie hat sich fünf Jahre lang der Realität verweigert in vielen Fragen. Wir haben ja die Landärzte, die haben es ja gesagt, auf unseren Plakaten zum Beispiel thematisiert, weil es tatsächlich ein Problem ist. Unser kleines, schönes Jena ist nicht irgendwie so Thüringen-typisch. Und dann fehlen dort Landärzte. Und Frau Taubert hat ein Förderprogramm aufgelegt für Ansiedlung von Landärzten. Jedes Jahr 300.000 Euro. Die kumulieren. Inzwischen sind da 900.000 drin. Die hat nicht einen einzigen Euro von diesem Geld ausgegeben. Jetzt habe ich versucht. Und das ist an der Stelle aus meiner Sicht eine Verweigerung. Also Gesundheitspolitik war Verweigerungspolitik in den letzten fünf Jahren in Thüringen. Und das Ergebnis ist, Landärzte fehlen und bei uns in der Stadt auch zunehmend Fachärzte. Nun war die FDP ja bisher in der Opposition. Es ist ja auch noch gar nicht klar, ob sie überhaupt den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Wenn Sie auf fünf Jahre Oppositionsarbeit zurückschauen, was konnten Sie da eigentlich erreichen? Wir hatten das ja eingangs schon. Also Opposition ist üblicherweise die Macht des Wortes. Das ist wichtig. Insofern ist Erreichen im Sinne von Umsetzen in Gesetzen natürlich sehr wenig. Es hat schon an ein, zwei Stellen mal geklappt, dass man mit dem Änderungsantrag durchkam oder so. Aber ich glaube schon, dass das Wichtigste ist, dass man in der Opposition es schafft, Alternativen aufzuzeigen. Haushaltspolitik zum Beispiel. Wir haben viele Haushaltsberatungen gehabt und die FDP-Fraktion hat in diesen Haushaltsberatungen insgesamt 2500 Änderungsanträge vorgelegt. Da waren ganz Kleine dabei, wo es mal um 50 oder 100 Euro geht. Da waren auch Große dabei, wo es mal um 5 oder 10 Millionen geht. Wir haben damit immer so um die 100 bis 200 Millionen Euro bewegt im Haushalt. Schuldentilgung, mehr Geld für Schulen, mehr Geld für Infrastruktur. Dafür an vielen anderen Stellen einsparen. Man muss das machen, wenn man wirklich auf Summen kommen will. Da muss man sich wirklich in jeden Haushaltsplan reinknien und dann kommt man eben auf so eine Einzahl. Das ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich, weil es immer gezeigt hat, man könnte sparen, wenn man wollte. Und man könnte auch für Bildung und Infrastruktur mehr ausgeben. Man muss es nur wollen. Da müssen andere Ministerien eben ein bisschen einsparen. Wo liegt denn da das Einsparpotenzial aus Sicht der FDP? Also zwei, drei ganz große Punkte sind das Landeserziehungsgeld. Ich bin auch nicht der Überzeugung, dass wir ein eigenes Landesarbeitsmarktprogramm brauchen. In einer Zeit, wo wir historisch niedrige Arbeitslosigkeit haben. Dass wir zu dem, was die Bundesagentur macht, nochmal extra 15 Millionen insgesamt in den letzten Jahren aus Thüringer Geld aufgeben. Die Solarförderung hat erkennbar nichts gebracht. Das sind größere Posten. Es gibt aber auch kleine Posten. Warum muss ich eine Behörde eine Kaffeemaschine für 10.000 Euro anschaffen? Kein Witz. Damit es guten Kaffee gibt. Damit es guten Kaffee gibt. Den kann aber ein privater Betreiber, wenn ich den als Käterer da reinnehme oder eben ein Mietgerät dorthin stelle, funktioniert das mit Sicherheit ganz genauso. Ja, aber das ist ja der Punkt. Wir fördern das Landesgestüt in Moritzburg, ich glaube mit 240.000 Euro jedes Jahr, dass unsere Pferde aus Meura und anderen Gestüten dort gedeckt werden. Pferde sind schöne Tiere, aber das ist keine staatliche Aufgabe, beim besten Willen nicht. Also das zeigt, man kann, wenn man will, viel Geld zusammentragen, um Schulden zu tilgen oder eben in Bildung und Infrastruktur auch mehr auszugeben. Man muss sich die Arbeit machen. Aber Herr Barth, da muss ich dann sagen, okay, die Bundes-FDP hatte, glaube ich, mal ein Schwarzbuch der Steuerverschwendung herausgegeben, bevor sie in der Regierungsverantwortung mit einer Koalition war und hat davon dann nichts umgesetzt, beziehungsweise hat noch mehr Geld ausgegeben als vorherige Regierungen in bestimmten... Das stimmt nicht. In bestimmten Bereichen. Das habe ich auch gesagt. Bildung und Infrastruktur würde ich auch gerne mehr ausgeben. Nein, aber zum Beispiel wurden Posten mehr besetzt. Also ich erinnere mich an Diskussionen über Außenminister. Ist egal, ist alles Bundesebene. Aber Fakt ist, dass das ja eine Ausstrahlung hatte, auch auf sie. Also das heißt, die ganzen Landesverbände leiden ja unter dem, was in der Bundes-FDP verbockt wurde. Was glauben Sie, was können Sie tun, um wieder Ihre liberalen Wähler zurückzugewinnen, die die FDP ja augenscheinlich jetzt schadenweise oder der FDP den Rücken zu wenden? Also zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig, dass man versucht, authentisch zu bleiben. Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche hektischen Dinge neu zu erfinden, irgendwelche politischen Projekte, von denen ich glaube, dass man vielleicht mal einen Tag irgendwie die Titelseite damit kriegt oder irgendwas. Weil ich glaube, die Leute merken das, wenn man versucht, sie irgendwie schnell mal wegzufangen oder so. Ich glaube, wir haben fünf Jahre im Thüringer Landtag eine Oppositionspolitik gemacht, die es verdient hat, auch mit mehr als fünf Prozent nicht belohnt zu werden, aber eben in der nächsten Legislatur in ähnlicher Weise auch stattfinden zu können. Und dazu muss es vor allem gelingen, das ist im Moment so, dass man sich natürlich von einem Markenimage versucht, ein bisschen frei zu machen. Ich sage das öfter, ich bin nicht Philipp Rösler, ich bin auch nicht Rainer Brüderl, ich bin Uwe Barth, ja. Und ich bin Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag. Und wenn ich schaue, was wir 2009 in unserem Wahlprogramm stehen hatten und was wir dann im Rahmen der Opposition als Politik gemacht haben, dann muss ich mich nicht verstecken. Also 2009 hat es ja immerhin acht Prozent für die FDP gegeben, das war mehr als die Grünen. Frage, wie geht es denn mit der Thüringer FDP weiter, wenn es nicht langt für den neuen Landtag? Herr Dunkel, da würde ich vorschlagen, wir machen einen Termin von 15. September aus, ja, weil jetzt sind noch zwei Wochen Wahlkampf. Das Ziel ist der Wiedereinzug, dass es schwer wird, ist ja auch in der Kampagne ein Stück weit ein Eingeständnis, dass ich weiß um meine Situation und nicht darauf schreibe, ich bin der Größte. Ja, aber das Ziel ist natürlich, den Wiedereinzug hinzukriegen. Und da ist auch jeder Gedanke, der sich jetzt mit Alternativ-Szenarien beschäftigt, in Wahrheit einfach nur störend. Macht man in so einem Sender auch nicht, sondern da geht es ja auch, das Ziel ist der Erfolg. Herr Barth, schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren und alles Gute. Danke für das Gespräch. Danke.